11. Januar 2013 Ich warte auf dich, grinste sie und gab ihm einen Kuss, während der große traurige Augen machte. Ich beeile mich ja auch, versprochen. Nur es gibt oft noch so viel nach der Show mit Rumpje und Walle zu besprechen, weshalb ich es nicht genau sagen kann, wann ich wiederkomme, bedauerte er. Sie kicherte und fasste ihn behutsam an die Wange. Alles gut, solange wie es dauert, dauert es eben. Unzufrieden nickte er und zog sich seine Jacke über. Dann bis später, liebe Liebe, lächelte sie, woraufhin er ihr zwei Luftküsse zuwarf. Doch fast hatte er die Tür geschlossen, machte er Halt und ging zurück. Den hier brauche ich ja nicht, grinste er und hielt seinen Schlüssel hoch, ehe er ihn auf die Kommode im Flur legte. Jetzt aber, lachte er und verschwand der Tür hinaus. Kaum war dieser ins Schloss gefallen, erschlafften ihre Gesichtszüge und sie überlegte. Hastig rannte zu ihrer Handtasche, ehe ihr Weg sich in der Küche verlor. Zum Glück hatte Erik den Karton mit dem Käsefondue noch nicht weggeräumt, sodass dieser noch neben dem einen Tapiziertisch stand. So kramte sie ihn hervor und räumte den Topf inklusive Heizplatte heraus. Schon mal einen Teil, den sie brauchte. Suchend schaute sie sich um und entschloss sich anschließend, in ein paar Kartons zu gucken. Und tatsächlich, dort fand sie eine Schüssel. Nun hatte sie alles, was sie brauchte, doch noch nicht alle Zutaten, die sie für Erik verarbeiten wollte. So schnappte sie sich ihre Tasche und rannte zur Tür. Doch bevor sie diese öffnete, hielt sie inne und nahm seine Schlüssel. Den durfte sie schließlich nicht vergessen, denn sonst würde sie sich selbst einen Strich durch die Rechnung machen und die Überraschung wäre misslungen. So steckte sie ihn ein und ging ins Rewe um die Ecke. Dort lud sie Möhren, Tomaten, Rindergehaktes und Nudeln ein, ehe sie sich schon wieder auf den Heimweg begab. Kaum war sie drin, strippte sie die überschüssige Kleidung ab, zog die Schuhe aus und machte sich an ihr Werk in der Küche. Zuerst kochte sie die Nudeln, die sie, nachdem sie fertig waren, abschüttete und in die vorhin gefundene Schüssel gab. Diese deckte sie jedoch ab, denn sonst würde sie ja zu kühl werden. Nun ging es an die Soße. Sie warf alle Zutaten in den Topf und köchelte es auf der Heizplatte. Lächelnd schaute sie sich um. So hatte sie auch noch nicht gekocht, aber hoffentlich würde es Erik auch freuen und vor allem schmecken. Das war bisher ihre größte Sorge, denn sie konnte die Temperatur nicht richtig regeln mit der Heizplatte und es musste auch alles warm gehalten werden, bis Erik auch wirklich kam. Doch ehe sie sich weiter einen Kopf darum machte, lenkte sie sich ab und machte einfach. Es würde so kommen, wie es kommt und dann könnte sie immer noch weiter sehen. Und tatsächlich, gerade als sie ihr Werk als fertig empfand, klingelte ihr Handy und eine SMS versicherte ihr, dass Erik in einer halben Stunde kommen würde. So deckte sie den Wohnzimmertisch und ließ die Soße sowie die Nudeln abwechselnd auf der Heizplatte nochmal warm werden. Und dann ertönte das ersehnte Klingeln. Hoppeln hüpfte sie zur Sprecheranlage und ließ ihn fröhlich rein. Als er den ersten Schritt in die Wohnung tat und sie an seinem Hals hing, runzelte er verwundert die Stirn und roch. Na, spielst du Häschenhase? fragte sie lachend, doch er fragte nur gegen, nach was riecht es hier? Nudeln mit Kibbelsoße, rief sie freudig aus und zog ihn an seiner Hand hinter sich her. Nudeln mit was? fragte er im Gehen, immer noch sichtlich verwirrt. Kibbelsoße, erklärte sie und hob das Geschirrtuch von dem Topf und der Schüssel. Als seine Gesichtsmuskulatur sich nicht lockerte, erklärte sie erneut, etwas kleinlaut, Nudeln mit Bolognese-Soße. Nun wurde seine Mimik leichter und er schlang einen Arm um ihre Schultern. Wie konntest du hier überhaupt kochen? fragte er überrascht. Ich dachte, du hast doch die Heizplatte und den Topf. Und mehr habe ich ja auch nicht gebraucht. Das Rewe ist um die Ecke und schon war es so gut wie erledigt. Rasch huschte seine Augen erfreut umher. Freust du dich? fragte sie aufgeregt. Ja, klar freue ich mich, lächelte Erik, als wäre es selbstverständlich. Dann will ich jetzt aber auch mal probieren, wenn mein Weib für mich kocht, lacht Erik, während er sich den Mantel auszog. Ey! wendete sie ein und verpasste ihm einen Seitenhieb. Schämlich duckte er sich und brachte seinen Mantel weg, zog sich die Schuhe aus, während Tatjana die Nudeln und die Soße rüberbrachte. Gespannt setzten sie sich hin. Erik neugierig auf den Geschmack und Tatjana neugierig darauf, wie es ihm schmeckte. So wartete sie seinen ersten Bissen ab. Als sich seine kritischen Gesichtszüge erweichten, fiel er sichtlich ein Stein vom Herzen, weshalb sie überschwänglich einen Kuss auf die Wange drückte. Überrascht riss er die Augen auf und spitzte den Mund. Er sich die Hand vor diesen hielt und fragte, womit habe ich das denn jetzt alles verdient? Schüchtern lächelnd zuckte sie mit den Schultern, dritte ebenfalls ihre erste Gabel und schob sie sich zufrieden in den Mund. Völlig entkräftet ließ Tatjana sich auf der Couch nieder. Ihre Haare hingen ihr kreuz und quer im Gesicht und sie war froh, sich am Morgen nicht geschminkt zu haben. Wer weiß, wie sie jetzt aussehen würde, aber schließlich hat auch keiner behauptet, dass Umziehen leicht sei. Sie hatte immerhin erst einen eigenen Umzug machen müssen und das war von ihrem Kinderzimmer in eine kleine Wohnung. Das konnte sie im Gegensatz zu jetzt wesentlich leichter bewältigen, denn schließlich hatte ihr Haushalt sich über zehn Jahre angehäuft, aber immerhin hatte sie einen starken Mann an ihrer Seite sowie Freunde und Familie, die halfen. Das war schon ziemlich nützlich, denn damals war sie innerhalb einer Stadt umgezogen, aber Köln und Essen liegen ein bisschen weiter auseinander. Den ganzen Tag ging es hektisch umher. Der eine kam mit dem Auto und gefühlten zehntausend Kartons an, während sie mit dem anderen wieder mitfahren musste, um in der alten Wohnung zu helfen und nach dem Rechten zu sehen. Doch nun war es stiller. Alle hatten sich verabschiedet. Sie hatte den letzten Karton vom Flur in den momentanen Abstellraum gebracht, während Erik mit der letzten Fuhre die Wohnung betrat. Mit groben Schritten schluchte er durchs Wohnzimmer Richtung Abstellraum. Er konnte seine Füße wohl nicht mehr richtig heben, seine Stirn glänzte leicht und seine Haare hatten sich auch in jegliche Richtungen verirrt. Trotz des eigentlichen langsamen Tempos öffnete sich der Karton leicht und etwas fiel heraus. Doch er schien es nicht zu bemerken, hatte die Augen kaum noch offen und setzte seinen Weg fort. Halt! wollte Tatjana dynamisch rufen, doch es hörte sich eher wie ein Murmeln an. Dennoch zeigte er eine Reaktion, als er verzögert stehen blieb und den Kopf in ihre Richtung drehte. In Kräfte trafte sie sich auf, ging zu ihm, ehe sie sich bückte und meinte, während sie das Foto versuchte, wie den Karton zu quetschen. Wenn du schon was reintragen möchtest, dann bitte aber auch alles. Erik musste leicht kichern, wandte aber wegen seiner Müdigkeit nichts ein, sondern verfolgte nur ihr Tun. Warte mal, was ist das für ein Bild? fragte er mit gerunzelter Stirn. Sie zurrte es wieder heraus und schaute es sich genauer an. Ach, das ist ein Bild von meinem Meerschweinchen damals, stellte sie schüchtern fest. Du hattest Meerschweinchen? fragte Erik direkt überrascht gegen. Ja, bemerkte sie ungläubig. Wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen und du erzählst mir sowas nicht? lacht Erik skeptisch, woraufhin ihre Augen nur verwirrt umherschauten. Was sollte sie jetzt darauf nur sagen? Ihr Hirn war zu bräsig und wann sollte sie das auch erzählen? Es hatte sich eben noch nicht ergeben. Ich wusste bisher nur von Ify. Ging das denn mit ihr klar? fragte er, um die Stille zu unterbrechen. Ify war ein Liebeshundi. Ein Nachbar war weggezogen und hatte die Meerschweinchen in seiner Wohnung gelassen, weshalb ein anderer Nachbar sie zu mir brachte, erklärte sie etwas lustlos. Du musst mir gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen. Bringe das nur noch schnell weg und dann komme ich zu dir auf die Couch, sagte er und ging schnell ein Schrittes weiter. Der Wald tat sie wie befohlen und warf sich in die Kissen des Sofas. Kurt schloss sie die Augen und atmet tief durch. Stille umgab sie und sie fühlte sich, als würde sie ins Sofa gedrückt werden. Ihr Körper wurde schwer und ihre leeren, ausgelaugten Gedanken schweiften immer wetter ab. Bis auf einmal ihr gesamter Körper sich zu einem Punkt zusammenzog und sie ruckartig die Augen öffnete. Eriks laute männliche Lache ertönte und sie atmete nur erschöpft auf, ehe sie sich wieder in die Kissen fallen ließ. Wie denn? Keine Revanche? fragte er verwundert auf der Reaktion seines Piekens. Sie lächelte müde. Heute und jetzt gerade nicht. Mitfühlen grinste er, ehe er sich zu ihr aufs Sofa legte. Sie rückte sich noch zurecht, bis sie sich gemütlich an ihn gelehnt hatte. Jetzt lag sie dort mit diesem Mann in seiner Wohnung. Raus aus ihrer Wohnung, in der sie zehn Jahre gewohnt hatte. Schon krass, hauchte sie erstaunt, woraufhin Erik verdutzt fragte. Was denn? Sie zuckte bloß mit den Schultern. Das alles hier. Er kicherte nur sanft und zog sie mit seinen Armen näher an sich heran. Sie waren nur ein halbes Jahr zusammen. So schnell war er laut eigener Aussage auch noch nie mit einer Frau zusammengezogen, aber hoffentlich war es das Richtige. Sie hatte noch nie ihre Wohnung wegen eines Mannes für immer verlassen, aber für ihn tat sie es ohne Verstand. Sie wusste nicht warum, aber sie hatte irgendetwas im Gefühl, das ihr sagte, dass es richtig war. Hoffentlich wurde sie nicht irgendwann bitter enttäuscht. Aber warum jetzt schon wieder so negative Gedanken haben? Sollte man nicht immer das Positive sehen? Ja. Sie saß mit ihrem Traummann Arm in Arm auf der Couch und war mit dem heutigen Tag bei ihm eingezogen. Was gab es Schöneres? Deswegen räusperte sie sich. Also wegen meinen Tieren fing sie an, woraufhin er sich aufmerksam aufrichtete, um mir in die Augen blicken zu können. Um ganz allein ihr die Aufmerksamkeit sichtbar zu schenken. Verlegen musste sie darauf kichern, ehe sie ihre ganzen Tiere, die sie besessen hatte, aufzählte inklusive dessen Geschichte. Sie hätte stundenlang darüber reden können, denn die kleinen Pelzträger hatten einen großen Teil ihres Lebens ausgemacht und ihr so viele schöne Erinnerungen beschert. Aber sie merkte, dass ihre Augen zusätzlich immer schwerer wurden und auch, dass seine Augen ebenfalls immer kleiner wurden. Sie unterbrach ihr Reden, während er schöpft lächelte und ihm an seine Wange fasste. Ich glaube, wir gehen mal schlafen, hm? Ich kann dir morgen noch mehr erzählen, wenn du möchtest. Erik schloss die Augen und lächelte sanft.